im im bett mit 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 deiner schwester ok arschloch trotzdem klicks ja solange es weiter läuft dann ist okay oh mein gott ist die map ist geil stehen die kenne ich noch ich kann steine runterrutschen ja ich habe irgendwann am ende hat sich abgefuckt ja ja ich fick ein stein geil ja wo ist minecraft haus hier der wohnwagen das ist ja leute leute es ist übrigens auch richtig schlau im fluss schwimmen zu gehen weil da leben fische da ist das weiß ich noch nicht ja bin innocent es kann irgendwie zu laber werden muss die mitte vom dor ja der boden verschwindet glaube ich war es ja leute geht doch mal schwimmen im fluss dass das schön also nur wenn ihr trader seid aber was ist wenn ich will kann man die fenster kaputt machen ja denn das sind fenster was passiert wenn ich jetzt eine schwimm session nach wenn du wenn du wenn du innocent bist dann stirbst du und wenn du traiter bist dann passiert was anderes das ist tolles gleiche mit dem leiche mhm 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 s hier weg also ich bin ja immer noch fasziniert von dem faktor dass felix gesagt hat da ist eine leiche aber nicht sagt wo geschweige denn die anstalten war der pederlauf noch mal zurück nein was ich soll zurücklaufen fabio warum ja da wo du war jetzt beim stehen kurz doch warum aber du bist oben im haus mit snippen ne arschloch da schießt man auch deinen twitter kollegen war wirklich dann schilder kollege scheiße ja habe ich jetzt wieder geld für den defi ich wollte den weg tragen ich muss nicht sterbe fähig so oder gleiche springt hinterher ich habe nicht zugehört ich habe nur eine leiche gesehen bin denn no brainer eingesprungen warum mein warum die enos warum das war doch genialer trick und die tradoren da reinzukriegen mann jetzt kommt musik bruder das kann bei mir schon die runde wo ist die sniper hin tja die sind immer random glaube ich hier angeordnet ich will raus in die freiheit ah nee du darfst nicht die freiheit auch immer noch ja in der mitte ganz verdächtig in mitte geguckt aber die falle dann doch nicht aktiviert ja ja habe ich aktivieren aber es war zu langsam vorbei ich weiß gar nicht mehr wie man oben in den raum kommt wo der trader raum ist wie kamst du da rein da gab es das trader portal hinten an da also scheiße ihr kennst du total gar nicht äh da hinten hast du schaden bekommen ich habe gar keinen schaden haha ich bin volles leben und ich habe andere mission zu erfüllen ja mit robin ja ja ich habe andere mission zu erfüllen also an also ich meine dass das der weg dann hier in durch dieses loch führt dafür lässt mich jetzt leben wir sind alle hier was führt außer fabio wieso habe ich so wenig fps auf dem und warum ist der herr tot warum tickt das wenn ich hier draufstehe explodiert das gleich aber irgendwo ist wo 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 jenny irgendjemand hat war luigi launcher ich habe nicht mal gehört nicht schon jemand hat gerade glaube ich versucht eine straftat zu begegnen da habe ich geschossen macht die tür dass sie schnell schreibe namen hier ist eine offene tür aber ich glaube ich nicht rein doch offene türen wirken einladend habe ich gehört ja ich habe gerade die events durchlesen ja also ich finde es schon traurig dass der der gerade auf mich geschossen hat zu sagen dass das hitler das hitler was ist der hitler der schießt mich nicht wo ist hitler klasse ja also irgendwie sind die anderen so still ich weiß gar nicht obel felix ja es kommt ihr mit einem drecksradar jetzt bei spaßten ja ich habe da klar es hat schon wieder zeit da haben können da hat irgendjemand dass der trümmert bei fabio oder hugo ich habe ich habe ich habe lassen sag ich doch keine bedeutung was hast du so ein geiler soundtrack ja hinter dir okay ich habe irgendwas getroffen nimmst du kontinuierlich schaden nein aber gibt es crossbow ja und mich ja robin lebt noch robin lebt dann noch von irgendwo ich habe gerade in der mitte geguckt also ich meinen schatten gesehen zu haben aber ich habe nie einen namen gesehen ja doch der ist da oben der ist da oben der ist da oben ja oben im trader da das bleibt nein du kleiner wichser nein ist ehrenlos 2 gegen 1 3 gegen 1 3 gegen 1 weil ihr scheiße seid alter fabio du scheiss fast der sprich hat was auf deinem kopf fabio so safe du kleiner wichser alter was versuchst mich umzubringen vielleicht war es gar nicht sein der kopf sondern halt so still und ich habe mir gedacht ich war nicht still ihr wart still du hast du ja wichtig eigentlich gerade umgebracht ich war innocent das hat er mich umzubringen ja stimmt ja mein karma schon wieder so am sack nach immer wieder fabio ist noch gar nicht gestorben das macht ihn jetzt sehr verdächtig muss ich mal der verpistet ich doch ich schwöre ja ich warst du sagt dass du später okay fabio fabio wenn du innocent bist an welchem tag hat hat hitler geburtstag am 20 abril schon weil ich ja 20 hat mir schon gereicht vertraust wird ja das vertrauen ist also ich vertraue dir aber ich habe trotzdem irgendwie so ein unbehagen in der brust also ich weiß auch nicht dass ich dir jetzt aus der entfernung von hinten in den rücken ja dann sagst du fabio ist es und dann bin ich wieder tot ja wenn du mich one taps dann kann ich gar nicht so schnell schreien fabio ist es das geht aus der distanz nicht da ist eine starke hat auch schmerz wo sie es nicht irgendetwas explodiert also bei mir ist nicht fabio war bei mir ich habe aber nichts explodieren lassen wo war davor bei mir aber ich weiß ich weiß ich habe bei mir was explodiert ist aber wo ist also ich habe was gehört in meiner nähe aber ich hatte siehst du deinen schatten der übelkomme könnte sein dass ein attentät auf mir für ausgeübt wurde tatsächlich misstrau ich fabio gerade irgendwie aber ich weiß ich bin ich schwöre ich habe schon gesagt wir kommen her drück mal bei der tür ok du bist nicht ja sicher also was ja ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß auch kam von einem haus sich ja die hat gerade jemand auf uns gefeuert ja ich glaube auch hugo war's wer hat uns vorhin beobachtet ich bin hinter robin und jetzt habe ich schon zweimal schaden zweimal was auch das ein fenster oder nicht das sind schildkröten also marianne oder so steht ja die turtle grenade also nicht die nicht die marianne da ist jemand am fenster gewesen peter ja da kommt ich weiß ich war das weiß ich war ein verpistig geweck ich schieße schildkröten ab digga ist noch schon fast alle tot weg ich habe schon gut ach man leute nicht so aggressiv werden die lebt immer noch nee die ist einfach nur die die ist tot was aber bei der da hinten ist es genauso hä Junge ich wurde von der bombe verkecken vor der attenziert ich verpiss mich da lieber digga ja ich auch hörte ja Felix du gehst ich würde nicht so am fenster stehen wow ich wurde vor der attenziert äh Robin ich aim auf eine tür und wer reinkommt nicht geil das ist wieder so horror man ja ich glaube auch das wäre schon so scheiße man da hat ihr mal das fenster kaputt gemacht er will jetzt granaten reinwerfen ich habe vertroffen ich dachte einfach nur granat um den creepy faktor hört zu machen aha ich nehme immer mehr schaden man ja dann muss nicht er zündet unser haus an der bastard mann ich bin grad neu her gezogen ein letztiges haus letztiges ein letztes haus wurde schon angezündet Felix schieß auf mich hab ihn der wollte von der seite rein starten dieser bast ah und er hat fabio gekillt ach nö dann ist es jetzt noch Hugo Hugo ich hab keine ahnung wo der ist ich hab ihn wieder jetzt noch doch geil ne gut darfst du dich nicht umbringen ich bin auch traitor ok gut mach mal so ich muss auch mal hier den entspannten machen das war ne das war ne und währenddessen nie bis an guck jetzt noch ich kann es wird jetzt noch mich gewohnt hat ganz normal mache ich immer durchs fenster aber ich habe den schuss nicht mehr gehört krass ja es war silenz awp natürlich kappa arschloch ich weiß selbst nicht warum du den schuss nicht gehört hast ich hab mir gedacht warum checkst du nicht fabio seine leiche denn ich dich ja auch noch umgebracht aber du hast ja ich wollte ich wollte einfach raus aus dem haus und dann bin ich zufällig ums eck und dann sah ich dich ich hab die extra auf dich gewartet bis zu sein leicht konfirmt aber du hast aber ich mal drauf geachtet also wenn dann jemand vor mir stirbt dann gehe ich da extra nicht hin um die leiche zu konfirmt du hast ihn ja nicht mal gesehen das war das war ein kunstfehler meinerseits der arme er wurde einfach ignoriert aber kann ich mal die waffe haben die ich will was willst du denn kommt jetzt zur waffen ss da bekommst du jede waffe die willst das ist mir egal nein habe ich nicht ist mir geile waffen ich will die waffe nicht mehr okay fabio hier geh und bau dir ein auto zusammen da nimmt den auch noch da bau dir ein auto zusammen hier bitteschön mach den auto jetzt brennhof manager und hat war es ein erstes du hier ein paar bären fox ist hier so mein ich rauch die bären an was sagen sie dazu ich bin müll ich rauch die bären an damit sie nicht mehr gedeihen muss ich drück jetzt trau trock nicht auch jetzt trocado ich bin müll dann brauche ich san marina ne kamel kamel ja ich bin getrennt am müll das schwarze seit dem im grasgarten muss man nicht eigentlich asche verbrennen weil sie schwarz ist hast gesagt dass du schwarz bist sag dass du nicht schwarz bist dann ich bin ich schwarz ich bin ich hier gibt sie noch ein busch da ist ein baum ja es ist auch ein bisschen leiden ich habe auf dem web nicht mal vergewaltigung zum fickt bei euch hier noch ein bisschen hier ist noch bärenbüsche er ist richtig habe ich eingeschossen glaube ich ein bisschen zu haben wir sind nicht angeschossen haben wir können ja aber robin und felix in mich sicht beschäftigt also ich habe noch eine die sache die bären nicht mehr was da ist jemand anrauchen damit er auch nicht mehr schmeckt nicht schmeckt ich will das fenster beobachten ich will das fenster beobachten ich bin weg ich verfolge diesen horchler ah da ist er nein Felix geh mal weg oh fabio und felix fabio und felix weil er einen traitor chat schreiben wollte wenn man probiert du hast einen rauchkollegen umgebracht du hast einen rauchkollegen umgebracht einer von euch beiden hätte es ja sowieso sein müssen weil hugo wurde angeschossen und ich war es nicht einer von euch hätte es eh sein müssen von dir also entweder du oder robin hätten es dann eh sein müssen warum ich bin aber so unschuldig weil ihr zwei die ganze zeit zusammen wart und hugo angeschossen wurde und hugo wurde von fabio angeschossen und wenn ich inno bin hugo inno dann ist einer von euch traiert fabio soll ich dich töten genau soll ich jetzt logik erklären oder was ne ne aha 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 leute was geschehen oh ich hab voll die FPS drops ähm leute leute ich bin es nicht ich spüre ja 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 Leute warum seid ihr jetzt auf einmal so auffällig zusammen ähm ähm es ist nicht von fabio ich gibts zu warte ich schreibs kurz auf meinen chat damit es alle wissen ähm fabio das gerade im trader shop ich töte ihn das war warum warum das war Robin 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 mean CPU ist zu 18 % ausgelassen meine tale ja ich hab grad auch die lösse ской ин力 ais das problem ist das ttt also relativ alles deswegen auf sehr wenig kurs optimierter ist du hast acht kurs ja das ist mir zu hoch aber ich habe gerade auch gerade gerade habe ich auch dadurch dass es auf css dings ist basiert ist es ist traiter leiter felix das war ja gar kein traiter schau ich mache ich mache ich mache ich ja gewerke bitte ein kooptimiert und dann ist es relativ 2017 gestorben wo bist du du hast mich angeschossen und fabi hat gesagt du bist fabio bitte tötet nicht mein trader kollegen oder mich noch mal hallo fabio das ist schon ziemlich was er da macht okay du machst die wollen uns die wollen uns konkurrenz machen warum seid ihr so leise gestorben sind bettel zwischen dem clan von fabio und dem clan von peter eine schweigeminute ich weiß wer es überleben noch weil ich bin die frage ist fakes ich bringe dich um das ist keine frage ich kann die frage ist warum ich bin frage ist warum nicht frage ist wer ist der vater fakes du hast mich angeschossen ich ja was für lügen wollte reden hier gerade im channel ich weiß ja nicht fabio aber ich habe wir werden kollegen sache das problem ist robin manche leute haben ein radar in dieser welt ja aber du hast meinen vertrauen missbrauch sagt fabio du bist tot nein ich habe mich verstecken weil du in eure toxin bist das war einfach das war so genial dass ich hugo zu meinem partner ausgewählt habe und und felix und fabio zusammen war und dann haben wir einfach die zeit kriegs gekillt die und er ist ein war das war so schön ich habe mich er hat doch nichts gemacht ich habe mich zweimal wer ist elisa meine freundin ich habe viele freundinnen bei der fedex also ich vergewaltig ich bin in der online die wo ihr unsichtbar war